Servus, le grüezie und hallo. Ja, ich weiß, ich habe WTTI gerade nachgemacht, aber Servus zu einem neuen Lass uns spielen auf dem Quartilitäts-Channel Yellow Sickers. Heute mit dem Let's Spielen FIFA Straße. Ja, da spielen die Kinder noch auf der Straße. Mir fällt von ein, ich habe da mein Team, mein Heimat-Team. Achso, ja, genau, natürlich mit unserem Superspasten Sebastian und mir, dem Hans-Peter. Ja, und falls die Qualität nicht den anderen Videos entsprechend ist, wir müssen uns dafür entschuldigen, wir können leider nicht über HDMI mit der PlayStation aufnehmen, weil Sebastian kein HDMI-Splitter hat. Und deswegen geht's nicht. Tja, glück nicht. Also wir können nur über das normale AVK machen. Ja, ich sehe nicht, mein Kind, glaube ich. Ach ja, das ist ja nicht da. Oh, wie schade. Äh, wen nehme ich denn? Mann, du wieder mit deinem Bayern. Ja, Bayern ist bestes. Nur weil du Nubi bist. Äh, keine Ahnung. Wer nehme ich denn? Die Karte ist ein bisschen. BVB, ist doch scheißegal. Ja. Warte, 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 warte. Was? Keine Tutorials und Einstellung. 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 Ja, Street. Nein, nichts. Nummer. Okay, ich glaube, man kann dann noch irgendwie die Zeit einstellen oder so. Die Zeit umstellen. Umstellen, einstellen. Umstellen, einstellen. So. Äh, Trikots. Ja, auf der Opast-Pobie. Welche Trikots gibt's? Hm. Der Judas Götz. Der Judas Götz. Na, aber der Götz ist okay. Du musst noch auswählen. Ach, die Schütze sagen, doch, Fützelung. Ja, passt schon. Was ist, wo steht's? Oh, ach man. Wie lange ist denn das schon her, dass wir da, äh, was... Ich weiß es gar nicht. Kannst du mir erst sagen? Ja, weiß ich doch nicht. Auch mal, das wird was. Ich hab keine Ahnung, wo der Steuerung. Ich hab auch nicht. Warte mal, erst mal die Steuerung wieder checken. Okay. Ja, genau. R1 war irgendwie so Gabel. Und Futsal ist ja... Ja, das muss Gabel und dann der Torsche. Also, es ist sowas wie Volé. Doch. Du musst er wohl eher Torsche. Na. Du musst dann auch herumtricksen und viele Punkte zusammen. Das ist nicht Futsal. Doch. Futsal ist einfach ohne Bande. Ach so, echt? Ja. Ach, Futsal. Ich weiß nur, als ich im Verein war, Im Verein war selber Fußball gespielt. Ja, wie lange ist's ja? Ich glaube mit 13, 12, 13 hab ich aufgehört. Wie machst du die Tricks? L2 und dann, oder? L2 und dann. Genau. Ich drück' da immer nur irgendwelche Knöpfe. Tor ist nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Nicht so wichtig. Doch, die Torsche sind extrem wichtig. Ja, aber am wichtigsten eigentlich die Punkte. Das ist ja ein anderes. Da auch. Nein, du siehst doch dann nirgends wo die Punkte. Ja, aber das wird schief... Ja, ja. Wenn du ein Tor schießt, dann kommt es an, wie viele Tricks du gemacht hast. Philippe, 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 Philippe. Ah. Nein. Oh, oh, oh. Ach wann, jetzt kommt das. Ja. Futsal. Ich hab damals... Ich glaube, ein von mir Futsal mit Futsalregeln, aber das war damals noch eigentlich richtig Moe. Und das war die... Nein. Das war das einzige Mal, dass ich in meiner Fußballkarriere sechs, sieben Jahre lang war, eine gelbe Karte bekommen habe, weil ich... Was machst du denn? Ja, oh, oh. Weil ich nicht gewusst hab, dass man den Ball nach dem Foul nicht sperren darf. Und wegen Freistoß kann man ja beim normalen Fußball sperren. Also wenn man den Ball nicht sperrt, dann darf man halt keine Mauer aufstellen. Irgendwie so war das. Ja, man kann schon, aber der Gegner darf, äh, muss nicht warten. Ja. Und ich hätt' gedacht, man darf das. Und deswegen hat mir der Schiri dann eine gelbe gegeben, weil ich den Ball gesperrt hab. Ach, du musst gar nicht all zwei drücken, übrigens, ne? Ich hab da keine Ahnung, ich guck immer irgendwas. Man merkt's. Ist das gleich raus, oder? Ist das eine Halbzeit oder mehr? Nee, mehr halt noch nicht. Ja. Ach, mach mal. Oh. Wer liegt denn da vorne? Mit dem Punkt? es gibt keine punkte soja gut aber das bringt nichts ich bin dominant und das ist eine dumme war man es nicht direkt in den Rhein eben auch nicht da keine Punkte bekommen Ach man, wie die größten Mucks. Ach komm, drück Pass. Ich drück einfach irgendwas. Hey, faul. Ach, was sagst du das denn? Was sagst du das denn? Nein, der soll schießen. Oh Gott. Ja, gehen wir weiter da. Ja, keine Punkte deswegen. Komm schon. Hallo? Ja, jetzt oder? Ja, natürlich. Die Musik im Hintergrund. Komm schon. Oh Mann. Oh. Die Kommentare sind geil. Kannst du drüben? Ey. Volle Konzentration. Und der Lupen. Rückplatz. Hast du es gesehen? Rückplatz gesehen? Ey, da gibt es keinen Rückplatz. Boah, fuck, die ist los. Scheiße. Du. Mach wieder. Wie hast du das gemacht? Mit hier. Und irgendwas. Ja, und was war ein teueres. Boah, das ist das erste. Warnt. Hast du den gesehen, den Trick? That Trick though. Ach. Einfach ne geil war der. Geil oma hier. Komm schon. Komm schon. Ah, shit. Oh Mann, schnitte. Schnitte. Opa. Was war denn das? Ach, komm. Komm. Nein. Nein. Ah, an der Fuste. Oh. Oh. Mit Kälje darf er. Oder wie der Pudipi immer sagt. Komm schon. Äh. Woh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. hat etwas das ist das war nicht nur das war keine Absicht das war das dabei hat er sich angangen und hat noch gespeichert hat dass er also hat noch kreis gespeichert hat das sind alle in den internen aber das war aber der Keiler Vielleicht sieht man das nochmal in der Wiederholung. Man, immer dieses Tutorial. Gut, dass das eh ziemlich am Ende war. Was war das denn? Ach geil. Ach, wie geil. Oh Mann. Golden Goal sogar. Wie so kleine Kinder, alle auf dem Ball. Was machst du? Was war denn da jetzt aufgetrickst? Der war die ganze Zeit drin. Nein. 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 Scheiße. Von der Headpaar. Von der Kung-Fu, ey. Kung-Fu Robin. Was war das? Das hat eigentlich den Arzt nachgegangen. Come here. Ey. Mann. Mann. Vorhin niedergrätsch. Mann. Das ist also knapp. Nein, lau. Nein. Gibt's auch gar가it noch einmal. Hallo. Ohohohohohoho. Gut, dass der Karone gibt. Nein, scheiße oder nicht? Wir sehen so pur aus. Ohohohohoho. Nein, du was? Los. Du rätst grad mit deinem Torwart raus, gell? Nein. Boah, scheiße, daneben gesprungen. Oh Gott, das ist intens. Es ist nur so weit kommt, weil ich so kacke waffe. Nein! Nein! Jaaaaaaa. Fuck, aber das war geil. Das ist ein volles, feines Spiel. Davon sollten es vielleicht noch ein Vorzertsort nehmen. und das erste match habe ich gewonnen ja nur doch mich eigentlich noch mal gleich noch mal gleich ein tor gleich ein tor will ich schütze dann ist alles machen wir uns da mal jetzt macht doch mal einen gescheiten trick hier überleitung das war knapp wir dürfen nicht vergessen zu kommen und die das ist so auf die die Knochen weil ich weiß schon was ich ungefähr mache ja aber nicht durch das nächste das ja Ja! Ribery! 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 Schauen wir mal. Neuer, warum bist du so gut? Geilig! Was war denn das? Was war denn das? Du Blattminder! Ah, schade! Das Trick! Ja, sehr schön! Tanzt nicht so herum, du Spast! Ja, nein! Jetzt schießt er nicht daneben! Aber wir auch! Keine! Keine Lust! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So, schießt das! Ja, der geht daneben! Voll der Umlock! Mann! Die sollen ja nicht Tischkicker spielen! Was war denn das? Na! Uh! Ohhhh! Doctroth! Ich kann doch gar nicht durchlassen! Abgewehrt! Ach, für dich noch! Oh, fuck! Ohhhh! Gagawa! Kuckaba! Gagawa! Scheiße! Ja geht's richtig zur Sache! Eier. Eine Sekunde noch. Nein. Das hat sich voll ausgezogen. So, 1-1 wieder mal. Es bleibt spannend, meine Kinder, meine schworenen Kinder. Nein, stirb. Oh, fuck, war das knapp. Ja, nein, das gibt es doch nicht. Es gibt es doch nicht. Nein. Oh, Mann. Mit einem Dramapost. Der spielt ja wieder daneben. Oh, niedergemetzelt. Metzling. Jetzt renn doch mal nach vorne, Mann. Nicht du, sondern mein Spieler. Ja, klar. Das Tor war irgendwie Special Abilities oder so. Oh, nein. Ja, schnell raus, schnell raus. Ja, klar. Oh, das steht nur 2-1. Ich hätte gedacht, das war mein 3-1. Ja. Was macht denn der Goli? Boah, 980 habe ich so viel gekriegt. Was war denn da so getrickst, ey? Nein. Nein. Ach, schade. Pff, nein. Scheiße. Scheiße. Mann. Jetzt schieß rein. Nein. Nein. Ja. Nein. Gibt es. Da schießt ihr daneben. Aufs leere Tor. Mann, das kann es doch nicht sein, ey. Nein. Was war das denn? Was war da denn? Oh, 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 oh. Ja, der Schusto. Hallo. Hallo. Geht's mal hin? Ach, scheiße. Oh, was ging der denn hin? Was ging der denn? Was geht los da rein? Was machst du denn da, ey? Was machst du denn da, ey? Was machen Sachen? Oh, hast du den gesehen? Was macht der Goli, bitte? Oh, der war echt gut. Was macht der Goli? Was macht der Goli? Wie ein Depper da. Einfach mit dem Kopf voraus. Jetzt auch nicht dich aber ein bisschen, gell? Ja? Jetzt auch nicht dich aber ein bisschen. 4-2. Was war das für dein Punkt? Was war das für dein Punkt? Was war das für dein Punkt? Oh, das ist doch nicht. Oh, das ist doch nicht. So war es. So war es. So was anderes. Oh. Ja, nicht, man ist gleich hier. So, voll geil. Futter. Mmh. Futter. Futter. Vielen Dank.